Pedelecs sind Fahrräder mit elektrischer Tretunterstützung und werden bei Senioren immer beliebter. Damit möglichst alle Sattelfestwerten veranstalten Polizei, Verkehrswacht und die Stadt Ludwigsburg auch in diesem Jahr wieder ein Sicherheitstraining auf dem Rathaushof. Zunächst gibt es eine technische Einführung und wer möchte, kann sich anschließend auf einem Parcours ausprobieren. Voraussetzung ist lediglich das Tragen eines Fahrradhelms.